hi leute heute möchte ich mit euch mal über was richtig privates reden und zwar über das thema hochzeit also meine hochzeit oder unsere ich war ja nicht alleine also gleich mal vorweg ich bin kein hochzeitsfan ich gehe nicht gern zu hochzeiten und ich war auch nie so doll scharf drauf selber zu heiraten ich weiß es irgendwie komisch für eine frau irgendwie ist das ja so ein frauending alle müssen ganz toll heiraten und riesengroß ich wollte das nie und ich finde auch diesen druck der zum teil aufgebaut wird ganz grauenvoll also allein schon dieser spruch der schönste tag im leben einer frau erstmal einer frau also wenn es nicht beiden gefällt ist ja auch blöd und dann der schönste tag im leben impliziert ja dass alles was danach kommt halt nicht so schön ist also es geht nur noch bergab und das finde ich wirklich einen ganz grauenvollen druck also wenn das der schönste tag werden muss dann kann ja nur alles schiefgehen oder also das wollte ich noch nie und ich wollte mir selber auch nicht so einen druck machen ich mache dieses video vor allem weil ganz ganz viele leute in meiner umgebung gerade heiraten oder geheiratet haben und ich bei ganz vielen gesehen habe dass es halt ein unfassbarer aufwand ist manchmal und ja eine riesengeldverschwendung also was heißt verschwendung wenn man das groß haben will dann ist ja auch gut und dann soll man es ja auch irgendwie alles ausgeben ich bin die letzte die nicht gerne geld ausgibt aber ja ich finde schon krass für einen tag hat irgendwie über 10.000 euro oder mehr auf den tisch zu legen denke ich immer was könnte man sich davon alles kaufen ich finde es ziemlich krass und deshalb haben wir also ben und ich das auch komplett anders gemacht unsere hochzeit war nämlich richtig richtig günstig und richtig spontan ja und darüber erzähle ich euch jetzt mal also wenn ich haben uns 2013 im sommer verlobt ganz unspektakulär aber ganz süß im restaurant wo wir unser erstes date hatten und saßen auch an dem gleichen tisch das hatte wenn alles organisiert und ja hatten wir dann einen antrag gemacht mit einem sehr sehr schönen ring ich war auch wirklich sehr überrascht weil wir wie gesagt beide nicht so heirats fans sind aber ich fand es total süß und ja habe ich toll gefreut er sagt bis heute ich hätte sehr lange gezögert bis ich ja gesagt habe aber das stimmt eigentlich nicht war nur kurz geschockt genau danach waren wir dann zweieinhalb jahre verlobt was sehr lange ist und alle haben schon genervt und gesagt ihr hattet ja sowieso nicht und so aber wir hatten irgendwie einfach keinen bock das zu planen wenn sowieso nicht ich glaube der hatte seine aufgabe damit erledigt dass er gefragt hat und den rest sollte ich dann machen ich hatte aber auch keinen bock dazu und habe es so von mir her geschoben und ja bis halt irgendwie alle genervt waren und jetzt noch heiraten oder nicht ja und dann habe ich irgendwann 2015 dann mal morgens ben lag noch im bett hat geschlafen habe ich am standesamt angerufen und zwar an der ostsee in timdorfer strand weil wir das hatten wir tatsächlich irgendwann mal und so überlegt lass doch am strand heiraten und ostsee bot sich an weil meine eltern da ein ja eine ferienwohnung haben insofern das passt irgendwie aber alles andere hatten wir gar nicht besprochen und ja ich habe dann angerufen und die frau am telefon hat erstmal herzlich gelacht weil ich dachte ja wann haben sie denn was frei demnächst und sie sagte wie demnächst nächstes jahr dann irgendwann nein wir wollen schon jetzt bald wir sind schon so lange verlugt und so also sie hat sehr gelacht weil die leute doch wirklich irgendwie immer ein jahr vorher sich melden und termine ausmachen und so wunschtermine haben und so und mir war das komplett egal und während sie noch lachte blätterte sie aber in ihrem kalender und sagte plötzlich oh was haben sie denn in drei wochen vor ist ja weiß nicht nichts ja da ist uns ein paar abgesprungen haben sich wahrscheinlich kurzfristig getrennt oder so also sind abgesprungen an einem freitag im september und ob wir da nicht heiraten wollen und ich sagte gleich ja nehmen wir alles klar ok ben wachte dann irgendwann auf und ich sagte ihm zum wecken schatz bringen deinen anzug in die reinigung wir heiraten in drei wochen so oder so ähnlich ja das war dann tatsächlich recht schnell plötzlich was habe ich alles vorbereitet für diese hochzeit genau zwei sachen ich habe mir ein kleid bei zalando bestellt und ich habe im hotel angerufen in scharbeutz da wo unsere wohnung ist und die haben schon voll ja es gab kein zimmer mehr naja es war halt auch sehr spontan ja das war ein bisschen schlecht dann hatte ich kurz danach mit meiner schwester telefoniert und die sagte weißt du was das ist eine frechheit ich rufe da jetzt mal an sie hat dann im hotel angerufen sie hat dann im hotel angerufen und sich sie hat sich als meine managerin ausgegeben ok letzter versuch meine schwester hat dann im hotel in scharbeutz angerufen und sich als meine managerin ausgegeben jetzt wird es peinlich ja und hat gesagt also die schauspielerin rücke fers möchte bei ihnen heiraten da wird ja wohl noch was zu machen sein und plötzlich war ein zimmer schrei ok also ich glaube ehrlich gesagt es lag jetzt weniger daran dass sie gesagt hat die schauspielerin ich glaube einfach dass ich persönlich das thema hochzeit wieder unterschätzt hatte denn als die hochzeit hörten haben natürlich gesagt selbstverständlich machen wir das möglich so wir hatten ein sehr schönes zimmer und haben auch das hochzeitsessen gleich im hotel ausgerichtet wozu ich aber später noch komme ja also an dieser stelle noch mal danke an meine schwester dass sie uns ein zimmer klar gemacht hat der hochzeitstag selber also wir hatten keine maskenbildnerin keine friseurin die mich fertig gemacht hat ich habe das alles selber gemacht bin irgendwie eine stunde vorher aufgestanden habe mir die haare zurückgebuddelt keine ahnung irgendwie was geflochten und mich ein bisschen geschminkt mein brautstrauß hat übrigens nur acht euro gekostet ich habe mir einfach ein paar hübsche rosen ausgesucht und die floristin gebeten den strauß im biedermeier stil zu binden ich fand den strauß super hübsch dann sind wir ins standesamt gefahren nach timdorfer strand also ein dorf weiter und da waren dann unsere gäste ist genau ich glaube wir waren insgesamt das brautpaar eingerechnet zehn personen oder zehneinhalb weil meine nicht auch dabei war die ganz klein ist oder war ja dann kam noch ein freund von uns zufällig vorbei also bens bester freund der hatte gerade einen termin in der gegend und ist da mal kurz rum gekommen was sehr nett war die trauung selber war kurz und schmerzlos ganz süß aber jetzt und spektakulär eigentlich aber trotzdem natürlich schön danach hatten wir eigentlich überhaupt keinen plan um ehrlich zu sein also wir hatten dann essen im hotel bestellt ein mittagessen das war aber noch irgendwie zwei stunden hin insofern wussten wir nicht genau was wir machen das gute am standesamt in timdorfer strand ist dass das direkt am strand ist also oder 20 meter davon und wir sind dann schön zum strand runtergelaufen und haben uns spontan und das war eine super idee und ich kann es nur jedem empfehlen haben uns drei strandkörbe gemietet und haben ein paar flaschen champagner gekauft das war unsere party und es war das geilste überhaupt weil wir hatten mega wetter das war natürlich ein großes glück und wir hatten den strand total für uns weil es schon september war und da ist es einfach nicht mehr so voll hatten also unsere kleine eigene strandbar und das war echt perfekt das war das beste was wir machen konnten es war natürlich super billig also ich kann sagen wir haben weil schon off-saison war glaube ich drei euro pro strandkorb bezahlt das war echt cool und diese kleine strandparty war für mich das schönste was ich mir vorstellen konnte und ich bin so froh dass wir das nicht geplant haben und dass das so spontan entstanden ist wir hatten übrigens kein hochzeitsfotografen was natürlich merkwürdig ist denn denn ist ja fotograf und kennt auch ganz ganz viele fotografen auch viele tolle hochzeitsfotografen aber es war wieder so es war einfach zu viel aufwand wir hatten auch keinen bock irgendwelche gestellten fotos zu haben also haben wir einfach all unsere gäste also unsere paar gäste mit kameras ausgestattet und ja da sind glaube ich paar ganz nette rausgekommen und ich finde auch das reicht ehrlich gesagt also wir sind ganz glücklich mit unseren paar bildern die wir dann haben und ja ich brauche jetzt nicht irgendwas wo wir so arm in arm am meer stehen oder so also haben wir ja sogar aber ja mir reicht das danach sind wir essen gegangen wie gesagt im hotel was auch ganz ganz toll war weil die aussicht da so fantastisch ist und es war wieder komplett leer im restaurant es lag wahrscheinlich daran dass wir relativ spät essen gegangen sind aber ja war natürlich cool wir hatten wieder eine location für uns alleine und essen war auch sehr gut ja ich sage jetzt mal also es war das bayside hotel in schaboyz ohne jetzt hier werbung machen zu wollen denn sie wollten uns ja auch erst kein zimmer geben aber letztendlich haben wir ja eins bekommen und also es war auch wirklich sehr schön da und wie gesagt die aussicht ist natürlich nicht zu toppen nach dem essen sind wir dann nochmal spazieren am strand gegangen sind dann zu einem kiosk und haben uns ein bier gekauft auch ein bisschen prollig aber ja das war total nett also auch mit oma und tante und mutter und so saßen wir dann da am strand und haben ein bierchen getrunken und rumgealbert und das war echt total schön ganz am ende sind wir dann noch ein cocktail auf dem dach vom hotel trinken gegangen und das war es eigentlich ja das war unser hochzeitstag und es war sehr sehr schön und ich hätte mir das ehrlich gesagt nicht schöner ausmalen können obwohl ich mir meine hochzeit nie ausgemalt habe das ganze hat ich glaube nicht mehr als 1000 euro gekostet also das essen war glaube ich 700 euro die strandkörbe 9 und dann kam noch das zimmer dazu und irgendwie ich weiß nicht papierkram für das standesamt war das kostet ja auch alles aber ansonsten ich glaube um die 1000 euro sind wir gelandet und das ist doch echt eine günstige hochzeit also da war ich sehr sehr glücklich drüber ich fand es war trotzdem die perfekte hochzeit sagt mir doch mal wie ihr das findet also wer das für euch auch was was ihr machen würdet oder ist es der absolute albtraum so eine spontane winzige hochzeit zu feiern ja sagt mir doch mal was ihr darüber denkt schreibt es mir in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir doch einen daumen nach oben da oder ein abo darüber würde mich auch sehr freuen also bis dann